Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Ponypark. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir im letzten Part waren. Wir waren da unten irgendwo, ne, bei dem Stall. Genau, den haben wir jetzt weitestgehend fertig. Da hatte ich gelesen, dass wir innen drinnen noch eine Heuraufe reinmachen könnten. Das kam so als Vorschlag, was wir da drinnen noch machen könnten. Allerdings haben wir hier ja Heuraufe. Das ist ja alles voll mit Heu. Also ich glaube, da drinnen brauchen wir dann keine Heuraufe mehr. Licht würde ich da jetzt auch erstmal nicht wirklich reinmachen mehr, weil wir haben hier sowieso keine Monster. Also wenn ihr den Stall nachbauen möchtet und ihr spielt mit Monster an, da solltet ihr euch dann schon nochmal Gedanken um ein bisschen Licht machen. Was möglich wäre, wäre gelben Teppich zu nehmen, ein bisschen Clothstone. und den einfach hier so in den Boden reinzumachen. Sieht man, sieht nicht wirklich schön aus. Gefällt mir persönlich so überhaupt nicht, wenn man das so mega sieht. Aber ja, die andere Möglichkeit wäre eben, Glaternen hier noch irgendwo zu platzieren. Ich denke, da werdet ihr dann schon irgendwas finden. Okay, so, ähm, ich hatte ja gesagt, hier wollten wir einen Waschplatz hinmachen, ne? Also einen Pflegeplatz und da hinten würde ich gerne Heu, Stroh und sowas hintun. Das machen wir auch. Genau, auf die Art. Aber da könnte man eigentlich auch noch ein bisschen Licht hinmachen, ne? Ah, vielleicht, ich habe eine Idee, wie wir hier noch ein bisschen Licht reinbringen können. Das ist die Frage, ne, das geht natürlich nicht, aber machen wir hier vier erstmal. Ah, so könnte man, da könnte man jetzt Glowstone ranhängen. Das Ganze könnte man so begleiten. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Gefällt mir jetzt nicht wirklich. Andere Möglichkeit wäre, den Glowstone in die Decke zu packen und hier einfach was vorzumachen. Und das hier dann am Ende einfach aufzufüllen. Das wäre eine, auch eine Möglichkeit. Das wäre, glaube ich, eine recht schöne Möglichkeit. Die kann man auch offen lassen. Man muss sie nicht abdecken. Aber ich denke, so ginge das ganz gut. Kriegt man dann hier unten mehr Licht? Oder ist das eher nicht der Fall? Doch, ein bisschen, ne? Nicht viel, aber ein bisschen mehr Licht. Also ja, man kann das auf diese Art versuchen. Wir machen das mal weiter. So, aber das mache ich jetzt erstmal nochmal von der anderen Seite, damit es dann eben auch symmetrisch bleibt. Eins, zwei, drei. So, eins, zwei, drei. Huch. Da wird. Ähm. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Ja, passt gut. Also, fast gut. Den lassen wir dann einfach weg. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel Licht das denn jetzt auf dem Boden gab. Oder ob das nicht wirklich viel gab. Also, ein bisschen vielleicht. Nicht genug, aber ein bisschen was. Ne? So. Dann können wir hier noch Laternen hinhängen. Da haben wir da nämlich auch noch wieder ein kleines bisschen Licht. Das Ganze kann man so machen. Dann hat man da auf jeden Fall wieder etwas. So, okay. Gut. Würde ich jetzt erstmal so lassen. Ich weiß gar nicht, scheint da was durch hier bei denen? Ach, gute Frage, ne? Das sieht ja schon fast so aus, ne? Ja, definitiv scheint das durch, ne? Also, da könnte er auch noch ein Closed-On unter machen. Das geht dann auch noch recht gut. Ne? Da kommt man ein kleines bisschen weiter hierher. Ja. Unter die Kesse würde ich das jetzt nicht machen, weil man sieht, aber unter denen geht das ganz gut. Sonst könnte man ja vielleicht auch hier Futterstationen oder sowas hin tun. Und dann kann man da auch ein bisschen beleuchten. Okay. So, ich bin jetzt gerade am überlegen, wo ich hier die Tore hin mache. Ich würde die hier hin machen. Ähm, zwei Stück. So. Ähm. Joa. Das sieht irgendwie doof aus. Ähm. Oje. So kriegt man Licht. Da ist nur die Frage, so nach innen. Oder eher nach außen. Also, ich würde das dann hier jetzt auch mal ran machen noch. Eher so. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann können wir das gleich in beide Richtungen hier machen. So gefällt mir irgendwie besser, so nach vorne. Mit nur einer. Das gefällt mir besser. So. Und schon haben wir wieder einiges an Licht. Das ist gut. Okay. Ähm. Ja. Dann brauchen wir Stroh. Das machen wir einfach hier jetzt in die Ecke. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht zum Zaun hinkommt. Denn das connectet. Die Fenster connecten auch. Das ist also dann total bläh. Ähm. Ähm. Ahoy. Dann die Reichenlaub. Einfach. Und auch hier gilt es, nicht ans Fenster zu kommen. Äh. Nicht an die Fenster und nicht an den Zaun zu kommen, weil das eben connectet. Gut. So. Da haben wir das. Mhm. Hier könnte man, äh, noch die Dinger hinstellen. Da könnte man dann nämlich auch Licht rein, äh, drunter machen. Nun, ich würde die Laternen hier an den, an den Seiten ganz gerne wegnehmen. Die gefallen mir da irgendwie nicht. Und da haben wir jetzt ja Licht unter. Hier. Ich finde die irgendwie ein bisschen nervig. So. Ja. So gefällt mir das besser. Dann könnte man, wenn man hier in diese Richtung noch unbedingt Licht bräuchte, eher, ähm, die Laternen da erweitern. So sieht das auch nett aus. So sieht das doch gut aus. Das, äh, ginge doch. Wobei wir das einfach lassen, weil wir hier ja das Licht haben. Okay, also das haben wir. Da könnte man jetzt noch, äh, eine Schubkarre hinbauen und sowas. Also, ne, wenn man irgendwie eine Deko-Mod hat, dann könnte man das ganz gut da hinstellen. Das könnte man zwar jetzt auch, ähm, so bauen, aber ich denke, das passt so erstmal. Okay. So. Weg damit. Und hier machen wir jetzt ja, ähm, die Waschplätze hin. Das heißt, hier brauchen wir ein bisschen mehr, ähm, Trennungen. Da, dann hätten wir das da. Hier würde ich das genau andersrum machen. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt unbedingt schon einen Waschplatz mit hin machen muss. Ich denke eher nicht. Und dann da festmachen. Genau. Da auch. Ähm, dann brauchen wir Kessel auf jeden Fall. Die stellen wir mal da hin. Dann machen wir Wasser rein. Ähm, ja, dann wäre das ja eher eigentlich mit dem Schlauch, ne? Stellen wir das denn jetzt da? Hm, mit einem Rahmen vielleicht? Und einer Leine? Eine Leine sieht ja schon ein bisschen, äh, schlauchmäßig aus, oder? Ja. Oder eher einen Faden? Ne, ein Faden, finde ich, sieht jetzt so gar nicht danach aus. Okay. Das ist doch schon mal, schon mal ganz gut. Was haben wir denn da noch? Mhm. Könnte man vielleicht noch Banner hinhängen? Zum, zum, zum Abrubbeln, vielleicht? Ähm, tja, und sonst fällt mir ehrlich gesagt erstmal nichts ein. Ich würde hier den Waschplatz wegnehmen wollen und da ein paar, ähm, Fässer hinpacken. Ach, das ist irgendwie auch doof. Aber hier ist auch ein Durchgang, ne? Also dann würde ich, würde ich das hier wegnehmen, dass man einfach genug Platz hat und zwei Plätze, denke ich, reichen da auch jetzt erstmal aus. Dann würde ich es jetzt so lassen. Ich hoffe, das ist eigermaßen okay und man kann, ähm, erkennen, was ich damit darstellen möchte. Ähm, und dann würde ich einfach hier eine Tür reinmachen. mit Licht natürlich. Und das Ganze hier dann auch, ne? Das ist, ah nee, warte mal, das haben wir so gemacht. Dann hier. So. Hier das Tor und da das Tor. Dann halten wir hier noch eine, in der Mitte haben wir keine, okay? da noch mal Licht reinmachen, oder? So. So. Ja. Okay. Gut. Ich denke, dann ist der Stall von innen eigentlich ja auch schon fertig, ne? Ich denke, mehr brauchen wir nicht machen. ein paar Ponys könnten jetzt hier eigentlich einziehen. Ich würde mal gucken, wir machen mal ein paar Ponys. Also, Ponys natürlich nicht, sind natürlich alles Pferde, aber für uns sind das Ponys. Ähm, der Vorschlag kam auch schon pro Haus oder pro Besucher. Also eben so viele, ähm, Ponys eben auch zu machen, damit man eben genug hat. Ähm, zwei. Alles nur Graue. Drei. Okay, wir haben nur Graue. Warum? Vier. Oh, ein Braunes. Okay. Fünf. Wieder ein Graues. Sechs. Ein Schwarzes. Ähm. Sieben. Acht. Neun. Und, äh, zehn. So, mehr machen wir nicht. Zehn Stück. Das sollte reichen. Wenn ihr Fohlen habt, müsst ihr hier vorsichtig sein. Die kommen hier raus. Ne? Also, da müsst ihr dann dran, äh, Müssen wir mal schauen, ob wir das noch ein bisschen optimieren können. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht, dass die Pferde da drauf, äh, rumrennen. Ähm, Ja. Könnte man mit Zaun machen. Dass man hier Zaun hinpackt, dass sie da nicht, äh, hinkommen. Hallo? Geh mal runter. Geh doch mal runter. Ähm, und darunter könnte man dann noch das hinmachen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Das gefällt mir eigentlich. Ähm, und da kommen sie dann auch nicht hoch. Hier kommen sie natürlich hoch, klar. Das sieht gar nicht schlecht aus, ne? Das ist irgendwie, ähm, wir gucken uns das mal von außen an. Irgendwie hab ich grad so gedacht, so, ist irgendwie blöd, aber, nein, das sieht richtig gut aus. Guckt mal. Das gefällt mir wirklich gut. Weil es wäre natürlich einfacher gewesen, da jetzt einfach, ähm, ein Block hinzumachen und dann die Falltür unter oder so, ne? Aber, wie gesagt, so finde ich das wirklich schön. Gefällt mir gut. Machen wir das doch einmal komplett. Ähm, ja, hier jetzt auf den Kesseln und so, klar, da können sie drauf. Da, ähm, könnte man das Ganze umgehen, indem man da einfach einen Barrier hinpackt, ja? Und wenn ihr das Ganze hier offener haben wollt und eben nicht so zu jetzt, dann, äh, auch da einfach, äh, Barriers hin und dann ist das auch gut. So, auf die, ich würde sagen, auf die machen wir jetzt auf jeden Fall, äh, Barriers drauf. Äh, P und dann Minecraft Doppelpunkt Barrier. Zack. Und dann hat man den nämlich schon und kann hier die Barriers draufpacken. Äh, geht auch runter. Zack. So, du solltest da auch nochmal eben bitte runter. Nein, nein, runter. Hey! Wie frech! Wie frech! Na, runter. Los! Oh, unglaublich, echt. Äh, so. Nochmal runter, bitte. Okay. Also die, es ist wirklich so, dass das, egal welche Minecraft, ähm, Kreaturen man hat, würde ich da einfach mal zu sagen, denn es sind ja nicht nur, äh, Tiere oder so, es sind ja auch die Dorfbewohner, Zombies und so weiter. Sobald die auch nur die Möglichkeit sehen, auf irgendeinem Block draufzuspringen, ne, sind sie da drauf. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich glaube, das ist so eine Minecraft-Krankheit. Geh da runter. So. Jetzt sind sie alle hier hinten in der Ecke, weil da noch frei war. Ah, das ist wirklich schlimm. So. Leute, runter jetzt. Okay. Und jetzt geht's da auch nicht mehr rauf. Ah, anscheinend doch. Man kann da anscheinend doch noch rauf. Okay. Also das ist schon doof. Das finde ich schon richtig, äh, doof, dass, dass das so ist, ne? Also da muss ich sagen, das stört mich schon ein bisschen, da, da bin ich schon mal ein bisschen genervt von, dass das so funktioniert. Ja, man kommt hier natürlich drauf. Toll. Das nutzen die Pferde aus. Dann machen wir hier einfach zu. Also, wie gesagt, mit Barriers einfach zu machen, wäre natürlich das einfachste gewesen. Einfach hier, äh, Barrierblöcke hin und dann ist da zu. Dann können sie da auch nicht mehr durch. Äh, die werden euch aber hier immer versuchen, auf die Kanten zu springen. Deswegen, ähm, einfach hier zu machen. Die Tiere sind zwei hoch. Die können da nicht mehr springen. Die brauchen eine Dreierhöhe, um da hoch zu kommen. Und dann sollte auch Ruhe sein damit. Ähm, okay. So, jetzt, ja, genau. Gut. So, jetzt sollte Ruhe sein. Ja, seht ihr, jetzt ist, äh, Ruhe. Es wird noch ein bisschen gehoppelt und so und sich da im Eck rumgedrückt, aber das wird sich nachher ein bisschen auflockern und dann, äh, ist auch gut. So, jetzt wollen wir noch mal eben zählen. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ponys schon hier. Pferde Ponys. Ich sag mal einfach Ponys, weil es ja ein Ponypark werden soll, ne? Also, zehn Stück. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch einfach ein paar Namen in die Kommentare, damit unsere ersten Ponys, die hier sind, dann auch gleich Namen bekommen. Ich denke, wir lassen es jetzt erst mal bei zehn, aber es werden auf jeden Fall noch mehr. Also, eure Namen dann schön in die Kommentare. So. Ja, das habe ich erwartet hier. Jetzt müssen wir noch eben gucken, dass wir auf jeden Fall hier die Glowstones noch abgedeckt bekommen, ne? Das würde ich so machen und würde auch nur hier oben die Glowstones abdecken und jetzt nicht, ähm, nochmal alles komplett, also diese Bögen machen, wie wir da gemacht haben. So, dann haben wir den, äh, Stall tatsächlich komplett fertig mit Licht und allem drum und dran ähm, und die ersten Ponys und dann können wir dann im nächsten Part uns um ein nächstes, äh, Projekt kümmern. Ich würde da eigentlich ganz gerne, äh, die Mitarbeiterhütte machen, also den Mitarbeiterbereich hier hinter mit, ähm, der Quarantänestation, also, ne? Mit ein, zwei Boxen, wo dann eben die Tiere in Quarantäne gehen beziehungsweise welche, die dann eben auch trächtig sind und so, dass wir dann eben, ja, da separiert werden einfach, ne? So, hier machen wir ein bisschen Keras noch hin. Und ich würde hier hinten, also hier haben wir ja so schöne kleine Nische. Ja, gucken wir mal. Okay. Also hier kommt jetzt der, der Mitarbeiterbereich hin und, äh, die Quarantäne und wo eben auch dann, ähm, die, ja, die Urlaubtenpferde sozusagen hinkommen. Und hier hinten haben wir eigentlich noch wirklich schön viel Platz. Da könnte man noch eine kleine Weide machen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Das kriegen wir schon alles irgendwie hier unter. Okay. Gut. Gut, dann würde ich jetzt, ähm, erst mal den Part beenden. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter und gucken, dass wir unserem Ponypark etwas weiter gemacht gingen. Ich hatte vorhin da so einen Turm gesehen, da hinten. Genau, als ich eingeloggt habe, den habe ich total vergessen, gleich wieder. Den finde ich voll schön. Diese, ähm, Türme sind ja von den, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und da auch, haben wir auch so ein Zelt noch dabei. Also es ist wirklich interessant, diese Dinger. Es ist ja von diesen, ähm, Angreifern da, ja, die, die Dürfer überfallen und so. Und, äh, diesen Turm finde ich total schön. Vielleicht kann man den nochmal irgendwie, äh, verwenden. Müssen wir mal schauen. Okay, so, jetzt wird aber erst mal der Part beendet. Im nächsten Part, Ponypark, machen wir dann hier weiter. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.